Moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge Darkest Dungeon. Heute mit Helm passend zu den Schultern. Wahnsinn. Wir wollen wieder würfeln und unseren heutigen Affix bestimmen. Würfeln bis 7. Wir würfeln eine 7 und das bedeutet jeden Boss im Chat ansagen auf Cringe-Basis. Ich freue mich. Oh Mann, das wird einer dieser ganz besonderen Runs. Hallo, schreibe ich direkt mit Ausrufezeichen, dass sie sofort wissen, was Phase ist. Und ich glaube, ich bin ganz happy, dass es der Kral ist, weil wir haben 4 oder 5 Bosse. Alles andere, die schreiben Moin. Oh, einer ist von D-Aldor. Maybe macht der ein bisschen mit. Weil das, Leute, ist immer ein bisschen gefährlich. Ich bin wirklich lange nicht aus Gruppen geflogen. Ich war eigentlich immer ein netter Member und jetzt muss ich hier die Zeit, die wertvolle Zeit dieser Leute rauben. Boah, easy hier noch outdribbelt, diese Stolperfalle. Und das auf übelste Art und Weise, indem ich sie random anerpeere. Also, ja, ich mache das nicht für mich, sondern ich mache das für die Gnomheit, okay? Für die Gnomheit, damit Gnomer auch weiterhin in guter Erinnerung bei den meisten Mitspielern bleiben. Haha. Und ich glaube, das da ist doch schon einer, oder? Nee, wait, das ist gar keiner. Stimmt nicht, stimmt nicht. Das ist zwar auch so eine kleine Bossmechanik, aber Kralformer ist nicht bei den Bossen mit aufgelistet. Nee, der erste ist, glaube ich, der Jäger, der da drüben irgendwo steht. Und dann gegenüber war diese Kristallformerin. Dann kam dieser Dude mit den Geisterschweinen. Und dann kam noch, ja, diese Fledermaus. Oh Gott. Ich muss eine Fledermaus anerpeen. Naja, für den einen eine schreckliche Vorstellung, für den anderen ein ganz normales Wochenende, oder? Wie es so ist. Ich hatte letztens auch wieder eine Erfahrung beim Leveln. Bin jetzt so ein bisschen auch wieder in der Levelphase drin. Alles geschafft, was ich sonst in WoW-Stand jetzt so haben wollen würde. Ich meine, irgendwas ist immer, ja. Aber ich lieb's ja zu leveln, deswegen, wenn mein Main soweit fertig ist und die Raids soweit gelaufen sind und, 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 ja. Dann bin ich ja auch super gern wieder am Twinken und dadurch auch wieder Tanks, die es irgendwie für so nötig hielten, in so Low-Level-Dungeons hier so bestialisch zu rushen. Und auch zu Ungunsten des Timings und der ganzen Gruppe, ja. Weil eben gewiped wurde. So, und das ist dann, ja, komplett bescheuert in meinen Augen. So, ist ja super, dass du's eilig hast, Bruder. Aber wenn die Gruppe gar nicht mitkommt und man dann länger braucht, als wenn man einfach ein bisschen, bisschen geruhter, ja. Ein bisschen gediegener gepullt hätte, dann ist das doch wohl komplett Panne. Und wenn man die Leute dann drauf anspricht, irgendwer meckert ja dann immer in der Gruppe, ob man nicht mehr weniger pullen kann und so, ne, nachvollziehbarer Weise. So, dann wird das häufig gar nicht eingesehen. So, dann ist es halt ein Heilerfehler oder die Gruppe muss mal mehr stunnen und, weiß ich nicht. Es sind NHC-Dungeons, da sind vielleicht ganz neue Spieler dabei. So, und dann hinterher am besten wundern, warum keiner mehr heilen möchte, weißt du? Ich mein, ich pulle auch gerne mal eine Gruppe mehr. Wenn ich weiß, mein Char packt das. Im Idealfall, wenn ich weiß, die Gruppe packt das auch. Aber wenn ich mir bei den beiden Sachen unsicher bin, ja, dann lasse ich es halt und schon sind alle zufrieden. Oder zumindest zufrieden, na, das ist da auch schon mal was. Hier ist wieder eine Stolperfalle und da vorne ist unser Boss. Oh Gott, und Gerda hat die Falle ausgelöst. Oh nein, ich hoffe, mein Heiler ist nicht dabei. Ist Gerda der Heiler? Nein, der Heiler heißt reinstecken. Haha, natürlich heißt unser Heiler reinstecken. Okay, ich muss mir schon mal ein bisschen was überlegen, Leute. Ich bin ja jetzt hier quasi undercover und ich schreibe, hütet euch vor dem Ebermann, denn er hat die Eber dran. Scheiße. Oh Gott, es tut so weh. Oh nein. Oh, und zum Glück schnell gepullt. Keiner hatte Zeit zu reagieren. Okay, die denken jetzt, ich bin auf dem falschen Makro ausgerutscht. Kein Problem. Die denken jetzt, gut, der ist heute mit dem falschen Fuß aufgerutscht. Der hat schon Hallo mit Ausrufezeichen geschrieben und so, so simple Satzzeichen, ja. Die könnte tatsächlich heutzutage viel bewirken, bilde ich mir ein. Wenn jemand Schade schreibt, ohne irgendwas, denke ich mir, ja, okay. Wenn er aber Schade mit einem Punkt schreibt, dann steckt in diesem Schade so viel Enttäuschung, so viel Zorn, so viel Hass, so viele geplatzte Träume, wisst ihr, wie ich meine? Und das ist irgendwie was völlig anderes für mich. Oh, verwunden über Donnerknall. Ja, schön im AOE, Junge, nehmen wir mit. Gönnen wir uns. Aber jetzt fangen sie an vorzulaufen, scheiße. Oh nein, jetzt habe ich meinen eigenen Untergang herbeigezüchtet. Jetzt haben die gesehen, da, das ist so einer, der redet viel. Oh, dabei bin ich so gar nicht. Habt ihr mich schon mal erlebt, wie ich hier rede, Freunde? Also verbitte ich mir solche Unterstellungen. Unser Wari war so aufgeregt. Der hat ein bisschen zuvor gewirbelt. Und jetzt kommen hier die Kristalle dazu, ne? Das sind jetzt diese sogenannten Kristallformer der Schweinchen. Hätte ich aber auch Bock. Hier als verbündetes Zeug und dann ein Schaman. Bin ich ehrlich, würde ich auch nicht nein sagen. Übrigens darf ich nicht sterben in der Darkest Dungeon Challenge. Das ist das nächste Ding, ne? Wenn ich am Schreiben bin. So, dann schreibe ich jetzt schon mal. Obacht vor den Kristallen. Sie werden euch missfallen. Sie werden euch missfallen. So ein bisschen Minnesang mit drin. Ich bin heute in Reimlaune. Und die reagieren zum Glück immer noch nicht. Die nehmen das einfach als Fiebertraum hin. Das finde ich sehr, sehr gut. Weil damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Ja, aber ich fände es ganz geil, wenn du so einen NPC an deiner Seite hättest. So optionalen Dungeons. Rennst du ja irgendwie, um den Dungeon kennenzulernen. So eine Art Baby-Pupsi-LFR-Variante mit NPCs. Wie auf der neuen Startinsel, ne? Der mehr oder weniger neuen Startinsel. Guck mal, der hat die Kristalle jetzt gefokust. Und der erzählt dir so in Reimen ein bisschen was zur Boss-Taktik. Das ist ja hervorragend, Alter. Meine größte Angst ist nur, dass einer von denen jetzt streibt halt Smallcraft oder so. Der flüstert mich einfach an. Weißt du, ey, guck ja deine Videos gerne. Da kannst du bitte die Fresse halten und den Dungeon tanken, das ja nicht auszuhalten. Aber ganz ehrlich, wenn die gar keinen Dunst haben, wie sowas zustande kommen könnte. Ja, bei mir, wenn ich irgendwen sowas machen sehe, denke ich direkt, okay, ist irgendeine Streamer-Challenge, ist irgendwie Darkest Dungeon, was der macht oder so. So ganz abgesehen davon, dass ich es vielleicht zweimal in meinem WoW-Leben hatte, dass ich irgendeinen Challenge-Spieler in einem Dungeon oder in einem PvP oder so gesehen habe. Aber was ist mit Leuten, die das gar nicht kennen? Die Ebergeister, ja. Die Ebergeister, passt gut auf. Sie haben einen Geisterlauf. Vorsicht, die Geister können laufen. Jawohl. Boah, ist gar nicht so einfach mit den Reimen. Warum habe ich denn mit Reimen angefangen? Oh nee, bin ich hier wirklich der Minnesänger-Gnom, der Bader als Verbündete, soll confirmed. Aber das war die größte Angst, deswegen muss ich jetzt auch schneller schreiben, weil die Chance, dass die Leute keinen Bock auf einen Minnesang-Tank haben, diese Chance ist relativ hoch. Und deswegen muss ich aufpassen, dass wenn deren Unbock sich jetzt steigert, dass sie dann natürlich den Boss schon pullen, weil die das natürlich auch in so einem Level-Dungeon ohne Tank ganz gut machen könnten. Und vielleicht haben sie mich einfach auf Igno, das fände ich richtig gut. Das wäre dann deutlich angenehmer, als wenn sie das alles lesen würden. Und darum, ja, pullen die die Bosse und ich darf halt nicht sterben. Also ich bin immer der Leidtragende. Das ist wirklich der schlimmste Affix, so. Lieber ohne Hände spielen und hier jetzt mit der Zunge an der Maus raus manövrieren aus diesen Hits. Das wäre deutlich angenehmer als alles andere. Ach man. Aber ganz ehrlich, ich würde es tausendmal besser finden, einen reimenden Boss-Ankündigungs-Tank zu haben, als einen, der so absolut reulich rusht. Und das Dungeon-Erlebnis eigentlich für alle auf sehr weirde und unnötige Art und Weise versaut. Also finde ich gar nicht gut. Darum klaue ich jetzt auch allen die Kiste, so. Cool, zwei Rezepte. Und T-Mock-Schultern? Ah, habe ich schon. Das ist schon ganz geil, oder? Seit dieser Änderung, dass man auch graue und weiße Items mocken kann. Also von der Seltenheitsstufe her. Haben auch solche Drops irgendwie wieder ein bisschen mehr Gewicht. So, ich gucke viel öfter jetzt in meine Tasche. Guck mal. Der passt auf mich auf hier. Wölfe im Schafspelz. Ihr seid aber nicht eine Gilde, oder? Junge, die hätten was zu erzählen. Die hätten sich jetzt was zu erzählen gehabt. Aber glücklicherweise ist es nicht so. Kralguano haben wir auch. Wunderbar. Was reimt sich denn auf Fledermaus? Fledermaus, du altes Haus, wir treiben dir dein Leben aus. Oh, wie schlimm. Oh nein, aber ich glaube, ich muss pullen dabei, weil die sonst selber auch pullen. Pass auf, wir gehen mal rein. Und dann müssen wir es dabei jetzt machen. Fledermaus, du altes Haus, wir treiben dir dein Leben aus. So, let's go. Okay, habe ich gut gelöst, oder? Kleine Zwischenlösung gefunden hier. Das kann ich jetzt natürlich nur, weil mein Heiler ja Bock hat, ne? Sonst könnte ich sowas nicht machen. Boss pullen und dann dazu sagen, puh. Ich meine, gepullt wäre so oder so geworden. Also vielleicht doch besser, direkt das hier an mich zu binden. Weil man muss ja doch gucken, wenn man so eine Challenge macht, dass man die Gruppe jetzt nicht mit der eigenen Anwesenheit beleidigt, ne? Das ist ja auch ein schmaler Spagat. Oh, das ist der Rare. Den nehmen wir mal mit. Der zählt zum Glück auch nicht als Boss hier. Frösche reimend ankündigen, da hätte ich ja meine Gilde auflösen müssen danach. Da hätte ich direkt aus irgendeinem Teich ein Sammelschreiben, eine Sammelklage bekommen, Junge. Dass ich mein Drecksbenehmen bitte einzustellen habe, ja. Wir möchten sie ganz nett bitten, dass sie ihr verdammtes Drecksbenehmen möglichst zügig einstellen. Aber nein, sag ich. Mussten wir hier vorne jetzt schon abgeben bei dem Geist? Ja, ne? Ich glaube, der hat uns als Folgequest dann für Frau Klingenflanke gegeben. Stachel-Eber spiele ich übrigens auch super gern in Hearthstone. Das Oberschwein, das Oberschwein es lauert. Ne, das passt nicht. Aber wir pullen erst. Scheiße, die sind schon wieder nervös. Oder sie haben jetzt gewartet. Oh nein. Das Oberschwein es sinkt, doch am Ende es nicht gewinnt. Und so, da sollen sie noch was sagen. Guck mal hier, die Klänge der Kristalle. Die Kristalle, sie singen. Viele böse Mechanics. Boah, der wäre auch was auf Tyrannisch, oder? Immer mehr von diesen Feuerlinien auf dem Boden und so. Dann hier das Ranziehen von dem Kristall dahinten. Oh, 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 Junge. Ich glaube, ich würde das schon überleben, ne? Aber die Vorstellung, dass das tyrannisch sein könnte, die hat meinen Schlusssprung gerade deutlich interessanter gestaltet. Hurra. So, ich muss jetzt noch Hurra. Wir sind total happy. Versuchen mir gerade vorzustellen, was die denken. Ich hoffe wirklich nichts. Ich hoffe wirklich niemand schreibt jetzt hier noch irgendwas. Und wir können einfach gehen. Was haben wir hier jetzt? Eine neue Hose und neue Stiefel. Ey, wollt ihr nicht nochmal anmelden? Ich bin noch Tank. Ihr kriegt dann viel schnellere Inwides. Wollen die nicht? Oh, es sind alle weg. Naja, dann winke ich mir jetzt selber, Leute. Tja, wir leben noch. Wir haben neue Freunde gewonnen und dann verloren. Und ich fühle mich schmutzig. Aber so war das im Mittelalter mit dem Mindestwang. Darum gehe ich jetzt duschen und es sei in einer Menge Pech. Und dann werde ich mich federn. So sieht es aus. Bis dahin. Macht es gut. Hau da rein. Und hütet euch vor dem Schwein.